Ja, ich hab schlechte Nachrichten heute für dich. Ja, ich hab schlechte Nachrichten für euch. Es regnet draußen. Wir wollen nicht rausgehen. Nee, wir wollen nicht raus. Nee, aber es regnet. Ja, aber ihr werdet nass. Ihr wollt eh nicht lange draußen bleiben dann. Ist egal. Also ihr wollt trotzdem raus jetzt. Aber dann bleibt ihr auch mindestens fünf Minuten draußen. Na gut. Dann gehen wir jetzt raus. Auf eigentliche Gefahr. Oh, Melly. Richtig? Du frisst ja kein Gras, ne? Du bist auch ein Dödel. Weißt du, sonst so ein verfressener Specksack? Aber hier nicht mal ein bisschen Veggies essen, ne? So, wollen wir jetzt mal wieder rein? Anscheinend nicht. Jetzt Hunger? Na gut. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. So. Hab aber nur noch einen Naps. Den Rest muss ich jetzt abwaschen hier. Also ich würd sagen, erstmal kriegt's der dicke Specksack. Ja, ja, es stimmt mir überein. Die Frage ist aber eher, ist er wieder... Nee, nee, wie ist das mal? Lancelot. Lancelot, hier. 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 Ich hab's so Hunger gehabt. Ist. Oh. Diese Feinschmeckerbande, ey. Und der Merlin. Der Merlin hier wieder drauf.